Isabella richtete ihre makellose weiße Uniform und atmete tief ein, bevor sie die Türklingel betätigte. Es war ihr erster Tag als private Krankenschwester im Haus der Tompsons, einer wohlhabenden Familie, die in einer Villa am Stadtrand lebte. Sie hatte die Stelle von einer Kollegin übernommen, die unerwartet hatte gehen müssen, und wusste nicht genau, was sie erwarten würde. Die Tür öffnete sich und gab den Blick auf eine Frau mittleren Alters mit tiefen, dunklen Augenringen und einem erschöpften Ausdruck frei. Sie müssen die neue Krankenschwester sein. Kommen Sie bitte herein, sagte Victoria Thompson in monotonem Ton. Isabella folgte ihr durch die geräumige Eingangshalle, beobachtete die anspruchsvolle Dekoration, bemerkte aber auch eine dünne Staubschicht auf den Möbeln. Es war, als ob das Haus, das einst voller Leben war, in einen Zustand der Starre gefallen wäre. Victoria führte sie in ein Zimmer im oberen Stockwerk. Das ist Noah, mein Sohn. Er ist zwölf Jahre alt und ist seit acht Monaten, so erklärte sie mit erstickter Stimme. Isabella nährte sich dem Krankenbett, auf dem ein Junge mit braunem Haar lag. Seine Augen waren geschlossen und sein Atem war fast nicht wahrnehmbar. Schläuche und Maschinen umgaben ihn und hielten ihn künstlich am Leben. Noah blieb regungslos, während seine Eltern, Victoria und James, in ihrem eigenen Schmerz und ihrer Schuld gefangen, kaum zu ihrem Sohn kamen, da sie glaubten, er könne sie nicht mehr hören. Was sie am meisten schmerzte, war, dass Noah vor dem Unfall der Junge war, der überall Licht verbreitete, wohin er ging. Immer mit einem Lächeln im Gesicht, liebte er es, durch die Gärten des Hauses zu rennen und an Sonntagnachmittagen mit seinem Vater Gitarre zu spielen. Was ist mit ihm passiert, fragte Isabella sanft. Victoria wandte den Blick ab. Ein Autounfall. Wir. Ich war am Steuer. Ein LKW verlor die Kontrolle. Noah saß auf dem Rücksitz. Sie konnte nicht weitersprechen, da ihr die Tränen leise über die Wangen liefen. Victoria starrte auf den Boden, als ob die Worte ein unerträgliches Gewicht trügen, das sie niemals loslassen könnte. Stille erfüllte den Raum, doch in ihrem Kopf heilte der Klang des LKW-Aufpralls unaufhörlich wieder. Jeden Tag kehrte dieser Bruchteil einer Sekunde zurück, um sie zu verfolgen, die Szene spielte sich ab wie ein Film, der niemals aus dem Verkehr gezogen wurde. Hätte sie nur nach links abgebogen. Hätte sie nur noch einmal in den Rückspiegel geschaut. Jede Entscheidung, jedes Detail jenes Nachmittags schien nun wie fatale Entscheidungen. Was einst einfache Gästen waren, hatten sich in tiefe Schuldspuren in ihrer Seele verwandelt, die keine Zeit auslöschen konnte. Isabella fühlte, wie sich ihr Herz zusammenzog. Vor Jahren hatte sie ihren jüngeren Bruder an eine seltene Krankheit verloren. Der Schmerz über diesen Verlust begleitete sie noch immer, aber er hatte auch ihre Berufung als Krankenschwester geprägt. Sich um schwerkranke Patienten zu kümmern, war ihre Art, sein Andenken zu ehren. Es tut mir leid, Mrs. Thompson. Ich werde mein Bestes tun, um mich um Noah zu kümmern, sagte Isabella aufrichtig. Victoria nickte und dankte ihr leise, bevor sie den Raum verließ. Isabella blieb mit Noah allein, studierte seine Vitalzeichen und machte sich mit der Ausrüstung vertraut. Während sie den Tropf überprüfte, begann sie leise zu dem Jungen zu sprechen. Hallo Noah. Mein Name ist Isabella und ich werde ab heute auf dich aufpassen. Ich hoffe, dass wir Freunde werden können. Im Laufe der Tage etablierte Isabella eine Pflegeroutine. Neben den medizinischen Verfahren bemühte sie sich, mit Noah zu sprechen, Geschichten zu erzählen und sogar leise für ihn zu singen. Victoria und James, Noas Eltern, tauchten selten im Zimmer auf. Isabella sah sie nur kurz, immer mit erschöpften und distanzierten Ausdrücken. Seit dem Unfall sahen Victoria und James sich kaum noch in die Augen. Die Schuld, auch wenn sie unausgesprochen blieb, war immer gegenwärtig und zerfraß die Partnerschaft, die sie einst vereinte. Eines Nachmittags, während Isabella die Bettwäsche wechselte, hörte sie einen Streit von unten. Die lauten Stimmen von Victoria und James halten durch das leere Haus. Es sind acht Monate, Victoria. Wir müssen akzeptieren, dass er nicht. James' Stimme brach. Wage es ja nicht, diesen Satz zu beenden, schrie Victoria. Er ist unser Sohn. Und genau deshalb tut es so weh, ihn so zu sehen. Vielleicht ist es an der Zeit. Denk nicht mal dran. Solange ich lebe, werde ich für meinen Sohn kämpfen. Das Geräusch einer zuschlagenden Tür beendete den Streit. Isabella spürte das Gewicht dieser zerbrochenen Familie. Sie sah Noah an, der so gelassen in seinem tiefen Schlaf lag. In jener Nacht, nachdem sie ihre Schicht beendet hatte, konnte Isabella nicht schlafen. Sie wälzte sich im Bett und dachte an Noah und seine Familie. Sie erinnerte sich daran, wie ihre eigene Familie in der Krankheit ihres Bruders zusammengekommen war und Stärke im Glauben und in der gegenseitigen Liebe gefunden hatte. Monate vergingen, und Isabella konnte nicht vermeiden, Noah mit ihrem jüngeren Bruder zu vergleichen. Beide waren Kinder voller Leben, die vorzeitig von dem weggenommen wurden, was sie liebten. Der Unterschied war, dass während das Schicksal ihren Bruder für immer genommen hatte, Noah noch da war. Es war, als wäre er zwischen zwei Welten gefangen, und Isabella fragte sich, ob die Anwesenheit derjenigen, die wir lieben, jemanden ans Leben binden konnte. Das war es, was sie Victoria und James nicht verlieren lassen konnte, die Chance, Noah zurückzubringen. Es war ihre Mission dort, auch wenn es nicht ausgesprochen war. Eines Tages kam Isabella früh an. Sie fand Victoria in der Küche, gedankenverloren eine Tasse kalten Kaffee rührend. Guten Morgen, Frau Thompson. Kann ich Sie einen Moment sprechen, fragte Isabella zögernd. Victoria blickte mit müden Augen auf. Natürlich, Isabella. Gibt es ein Problem mit Noah? Eigentlich wollte ich über sie und Mr. Thompson sprechen, Isabella holte Tiefluft, bevor sie fortfuhr. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber ich kann nicht anders, als zu bemerken, wie sehr sie beide leiden. Und wie sehr es Noah betrifft. Victoria runzelte die Stirn. Was meinen Sie? Noah ist im Koma, ich weiß, ergänzte Isabella sanft. Aber ich glaube, er kann immer noch fühlen. Ihre Anwesenheit, ihre Liebe. Und genau das braucht er jetzt am meisten. Tränen begannen in Victorias Augen aufzusteigen. Ich, ich kann ihn nicht ansehen, ohne mich schuldig zu fühlen. Wenn ich an diesem Tag nicht gefahren wäre. Isabella hielt die Hand der Frau. Unfälle passieren, Frau Thompson. Schuld wird Noah nicht helfen. Was er braucht, ist ihre Liebe und Stärke. Victoria weinte, jahrelanger unterdrückter Schmerz kam endlich an die Oberfläche. Isabella umarmte sie, ließ sie an ihrer Schulter weinen. In diesem Moment betrat James die Küche. Als er die Szene sah, zögerte er einen Moment, bevor er sich näherte. Was ist los, fragte er besorgt. Isabella sah ihn entschlossen an. Mr. Thompson, ich denke, es ist Zeit, dass sie beide Noah besuchen. Zusammen. James schien von der Idee überrascht, aber Victoria hob ihr tränenüberströmtes Gesicht und griff nach der Hand ihres Mannes. Sie hat recht, James. Unser Sohn braucht uns. Mit zögerlichen Schritten stiegen das Paar und Isabella die Treppe hinauf. Im Zimmer von Noah blieben sie an der Tür stehen, als ob eine unsichtbare Barriere sie daran hinderte, einzutreten. Isabella führte sie sanft näher ans Bett. Sie können seine Hand halten, mit ihm sprechen. Noah muss spüren, dass sie hier sind, ermutigte sie. Victoria machte als erster einen Schritt. Mit zitternden Händen berührte sie das Gesicht ihres Sohnes. Noah, mein Schatz. Mama ist hier, ihre Stimme stockte. James nährte sich der anderen Seite des Bettes, seine Augen glänzten. Hi, Junge. Wir vermissen dich. Isabella beobachtete die Szene mit schwerem Herzen. Das war nur der erste Schritt einer langen Reise, aber es war ein Anfang. Schweigend verließ sie den Raum, um der Familie etwas Privatsphäre zu geben. In den folgenden Wochen begann sich eine subtile Veränderung im Haus der Tompsons abzuzeichnen. Victoria und James begannen, Noah täglich zu besuchen, manchmal zusammen, manchmal getrennt. Isabella ermutigte sie, mit ihrem Sohn zu sprechen, ihren Tag zu teilen und glückliche Momente zu erinnern. Zuvor hatten sie sich in alltägliche Aufgaben vertieft, unfähig, die Situation ihres Sohnes zu akzeptieren. Eines Nachmittags, während sie das Zimmer aufräumte, fand Isabella eine verstaubte Gitarre im Schrank. Sie erinnerte sich daran, dass Victoria erwähnte, Noah liebte Musik. Ohne zu zögern, nahm sie das Instrument heraus und reinigte es sorgfältig. Als James zu seinem täglichen Besuch kam, begrüßte Isabella ihn mit der Gitarre in der Hand. Mr. Thompson, ich habe gehört, dass sie und Noah früher zusammengespielt haben. Vielleicht, vielleicht würde er gerne ein Lied hören. James war einen Moment lang wie gelähmt, als er auf das Instrument mit großem Schmerz sah. Langsam streckte er seine Hand aus und nahm die Gitarre. Er setzte sich neben Noahs Bett und begann mit zögerlichen Fingern, eine sanfte Melodie zu spielen. Die Musik erfüllte den Raum und brachte eine Atmosphäre des Friedens, die Isabella dort noch nie gespürt hatte. Sie bemerkte eine Träne, die James über das Gesicht lief, während er spielte und leise ein Lied summte, das er sicher unzählige Male mit seinem Sohn geteilt hatte. In dem Moment geschah etwas Außergewöhnliches. Eine Träne fiel aus Noahs Augen. Isabella hielt den Atem an, aus Angst, sie würde sich täuschen. Aber dann geschah es erneut noch einmal, fiel eine weitere Träne. Mr. Thompson rief sie aus. Schau! James hörte abrupt auf zu spielen und sah dorthin, wohin Isabella zeigte. Mein Gott, flüsterte James ungläubig. Victoria Victoria, komm schnell! Victoria rannte in den Raum, alarmiert durch die Rufe ihres Mannes. Als sie die Szene sah, begann sie, ihn zu rufen. Die Welt schien in diesem Moment stillzustehen. Die Zeit, einst so grausam, schien ihnen eine neue Chance zu gewähren. Victoria, mit zitternder Hand, ersten Mal seit Monaten eine echte Verbindung. Es war nicht nur die Berührung einer Mutter, sondern ein stummer Ruf, zurückzukehren, sich ans Leben zu klammern. James, neben ihr, hielt ein Schluchzen zurück, das drohte zu entkommen. Diese kleine Geste, eine Träne, so subtil, dass sie unbemerkt bleiben könnte, war ein Sturm der Hoffnung für sie. Sie sprachen nicht, aber die Stille war erfüllt von einer einzigen Gewissheit, Noah konnte sie hören. Noah, mein Schatz, kannst du uns hören? fragte sie unter Tränen. Zwischen Tränen kniete Isabella neben Noah und rief mit einem von Hoffnung erfüllten Herzen den Himmel um Kraft und Heilung an. Sie fühlte in ihrem innigen Gebet eine stumme Verbindung mit dem Jungen. Vielleicht war diese kleine Träne, die über seine Augen lief, ein Zeichen, ein subtiler Beweis, dass er noch da war, er hörte, fühlte, auch in seiner scheinbaren Starre. Als Noah die geringste Bewegung machte, etwas fast Unwahrnehmbares, brachen Emotionen aus. Victorias und James' unterdrücktes Schluchzen vermischte sich mit Isabellas Freuden rufen. Es war ein Wunder, dachten sie. Es gab keine andere Erklärung. Irgendwie kam Noah zu ihnen zurück. Angestachelt von einer Hoffnung, die ihnen lange entglitten war, suchten Victoria und James eine zweite medizinische Meinung. Etwas, was einst unnötig schien angesichts der so endgültigen Diagnose, wurde nun dringend. Der Raum fiel in absolute Stille, als der neue Arzt seine Augen über Noahs medizinische Akten senkte. Wir lagen falsch, begann er, die Worte klangen wie ein flüsterndes Geständnis. Victoria fühlte, wie ihr Herz einen Moment stillstand. Die vorherigen Untersuchungen zeigten einen irreversiblen Zustand, aber beim genaueren Überprüfen stellten wir fest, dass ein Fehler in der Interpretation vorlag. Noahs Zustand ist nicht so kritisch, wie wir angenommen haben. James sank auf den Stuhl, sein Gesicht bleich, der Ausdruck lag irgendwo zwischen Erleichterung und Unglauben. Victoria hingegen wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Eine Mischung aus Wut und Erleichterung überkam sie vollständig. Was bedeutet das, fragte sie, ihre Stimme von Dringlichkeit erfüllt. Der Arzt zögerte, seine Worte sorgfältig wählend. Es bedeutet, es besteht eine Chance auf Genesung, aber es wird ein langer und ungewisser Prozess. Wir müssen sofort ein neues Behandlungsprotokoll starten. Die Hoffnung wurde neu geboren, aber sie brachte den bitteren Beigeschmack all der verlorenen Zeit mit sich. Das Vertrauen, das sie blind in die anfänglichen Diagnosen gesetzt hatten, kam ihnen nun wie ein Verrat vor. James sah Victoria einen Moment lang an, als ob er zum ersten Mal all die Entscheidungen in Frage stellte, die sie bis zu diesem Punkt getroffen hatten. Aber mit seiner zurückhaltenden Art schloss er die Augen und dankte im Stillen, fühlte das Gewicht der Dankbarkeit und die Gewissheit, dass ihrer Familie eine neue Chance gewährt wurde. Noas erste Bewegung war fast unsichtbar. Ein leichter Zittern in seiner Hand, das Öffnen der Augen, das wie ein Traum erschien. Aber für Victoria und James bedeutete diese kleine Bewegung den Beginn einer neuen Reise, einer der Erlösung und Heilung. An einem sonnigen Tag öffnete Noah seine Augen vollständig, noch schwach und verwirrt, aber mit einem Lebensfunken, der seine Eltern mit erneuerter Hoffnung erfüllte. Mit jedem Tag kamen kleine Anzeichen von Besserung hervor, wie Blumen, die im Frühling langsam blühen, zart, aber voller Versprechen. Die Offenbarung brachte eine Welle der Hoffnung, die jedermanns Herzen durchflutete. Die Familie, einst von Schmerz und Schuld zerrüttet, war nun durch den Glauben vereint und gestärkt. Noas intensive Behandlung begann mit großer Entschlossenheit. Der vor ihnen liegende Weg würde lang und voller Ungewissheiten sein, aber die wiederentdeckte Liebe und der unbeirrbare Glaube hielten Victoria und James fest auf der Reise. Sie wussten mit leiser Gewissheit, dass Wunder weiter geschehen konnten. Tag für Tag waren Victoria und James enger vereint denn je und arbeiteten in Harmonie, um ihrem Sohn bei der Genesung zu helfen. In schwierigen Nächten stützten sie sich gegenseitig, ihre Herzen waren durch dieselbe Kraft verbunden, die sie einst fast zerstört hätte. Isabella beobachtete all dies mit einem Gefühl der tiefen Erfüllung. Sie wusste, dass ihre Zeit dort zu Ende ging. Bald würde Noa keine solch intensive Pflege mehr benötigen. Bald würde sie weitermachen müssen, aber sie tat es mit einem leichten Herzen. Eines strahlenden Nachmittags, während Noa im Garten unter den wachsamen Augen seiner Eltern Physiotherapie machte, nährte sich Victoria Isabella. Ich kann Ihnen nie genug danken für das, was Sie für unsere Familie getan haben, sagte sie gerührt. Isabella lächelte und versuchte, die Geste herunterzuspielen. Ich habe nur meinen Job gemacht, Frau Thompson. Sie haben viel mehr getan, beharrte Victoria, ihre Augen glänzten vor Dankbarkeit. Sie haben das zurückgebracht, was am wichtigsten war. Sie haben uns an die Kraft der Liebe, des Glaubens erinnert. Sie haben uns wieder Hoffnung gegeben. Isabellas Augen füllten sich mit Tränen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Noah ist ein sehr besonderer Junge. Victoria betrachtete ihren Sohn, der nun neben James lachte und seufzte zärtlich. Ja, das ist er. Und dank Ihnen haben wir als Familie eine neue Chance. An jenem Abend kniete Isabella in ihrer kleinen Wohnung, wie sie es jeden Tag tat, und dankte für die Gelegenheit, die Leben der Thompson's berührt zu haben. Sie wusste, dass ihre Mission noch lange nicht beendet war. Während sie betete, klingelte das Telefon. Es war das Krankenhaus. Eine andere Familie brauchte Hilfe, brauchte Hoffnung. Mit einem gelassenen Lächeln bereitete sich Isabella auf ihre nächste Herausforderung vor, fühlte sich gesegnet, ihre Reise der Heilung und Liebe fortsetzen zu können. Als sie die Augen zum Schlafen schloss, wusste sie, dass sie die größte Lektion, die die Thompson's sie gelehrt hatten, mit sich tragen würde, die transformative Kraft des Glaubens, der Liebe und der Ausdauer, fähig, selbst die schwächsten Lichter der Seele wieder zu entfachen. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 5, um zu zeigen, wie sehr sie Ihnen gefallen hat. Schauen Sie sich auch das Video an, das jetzt auf Ihrem Bildschirm erscheint. Bis bald!